Feuerkatastrophe. Die Stadt München trägt ihren Teil zum Wiederaufbau der teilweise durch Feuer zerstörten Kathedrale Notre-Dame in Paris bei. Als Geste der Solidarität wird laut CSU und SPD ab Donnerstag ein Spendenkonto für die Münchner Bürgerschaft eingerichtet. Die dort gesammelten Spenden werden durch die Landeshauptstadt verdoppelt. Einen besonderen Dank richten die Parteien auch an alle beteiligten Helferinnen und Helfer.